So, einen haben wir noch. Es ist eine Baritone-Ukulele. Das hat man ja nun nicht jeden Tag in der Hand. Baritone-Ukulele ist ein ziemlich großes Viech. Auch dieses Gerät ist, das heißt von ABC, eine Baritone-Simple. Ja, B-S. Ein ganz schlicht gebautes Ding. Das finde ich ja selber ganz hübsch immer. Aus massiver Akazie oder Chor, portugiesisch Chor. Und ja, 14 Bünde bis zum Korpus. Insgesamt 18. Und ich glaube, es sind auch Aquila-Super-Niger-Seiten drauf. Kurz dazu ist nicht C-Stimmung, es ist G-Stimmung. Also quasi wie die vier Discant-Seiten auf der Gitarre gestimmt für die Gitarristen. Das hier wäre dann quasi G-Dur. Gucken wir mal. Das hier war dann. hysterisch G-Stimmung. Jetzt bin ich jaorestin. Ceーん. ats Kantotisch-König. Das hier ist kein G-Dur. Aus wieder fels literally. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich dachte, ich spiele schnell noch was in C-Dur, weil das hier, das was hier alle als C-Dur, das ist ja jetzt plötzlich G-Dur. Das hier ist C-Dur. Ja, beziehungsweise das, was man als F-Dur kennt. Es sind die gleichen Gräfer, man muss sich nur ein bisschen umdenken. Oder man schreibt sich andere Akkorde drüber. Ich gucke mal, ob ich irgendwas spiele. 5'2, 5's are blue, but oh, what those 5 feet can do. Has anybody seen my gal? Please don't talk about me when I'm gone. How our friendship sees us from now on. Mason Street is the street with our detention. You go your way, I go mine, it's the best that we do. I kiss, I hope that this brings lots of luck to you. It doesn't matter if it's wrong or right. Please don't talk about me. Please don't talk about me. Please don't talk about me when I'm gone. Ja, danke sehr, gern geschehen, wieder geschehen.